Gut, gehen wir aber erstmal zu Vasca, der Altenhexe. Das klingt so abwertend. Wir werden ja auch beschützt von Kurvern und von Welten. Oder halt der Mann mit der feurigen Seele und Geralt. Muss ich mal verkaufen. Ne, das ist fettbehaltig. Kauft die noch irgendwas von Wert? Na, ich muss eh Ulvern töten, also von daher wollte ich mir das nicht kaufen. Welchen Behaltung? Es gibt noch mehr, also bessere, höhere Stärken Alkohol. Qualitativ hochwertiger. Ne, haben wir nicht. Dann haben wir die anderen weg. Was? Ich hörte, ihr habt Probleme. Wieder Ertrunkene? Ja. Aber wir haben ein anderes Problem. Also noch mehr Probleme. Wasca. Banditen mit Salamander-Abzeichen zwingen meine Leute Kräuter zu sammeln. Das ist äußerst interessant. Krass. Sie teilen unsere Leute in Gruppen ein. Bewaffnete Wachen beobachten sie. Wo sind sie? Eine Gruppe sah ich beim eingestürzten Turm. Bitte helft ihnen. Ich werde euch belohnen. Ihr Boss, Roland Bleinheim, ist ein böser Mann. Tötet ihn. Genau das werde ich tun. Bin ich da? Was? Ich suche noch immer nach euren Vermissten. Bitte beeilt euch. Ihre Familien vermissen sie. Lebt wohl. Was? Erzählt mir von dieser Schlacht. Der Mann mit der feurigen Seele kam mit seinen in Stahl gekleideten Brüdern. Sie erzürnten die Götter. Dunkle Wasser sogen sie hinab. Er, der mit einem Herzen voller Hass durch Schatten schreitet, stellte sich ihnen entgegen. Sie fochten eine schreckliche, wilde Schlacht. Rot färbten sie die Wasser. Wer gewonnen hat, fragt ihr. Das Feuer oder der Schatten? Meine Antwort lautet. Keine. Danke. Noch weitere Fragen? Lebt wohl. Ich glaube in ihrer Hütte wird jetzt auch nichts dran sein. Deswegen gehen wir mal zu Großväterchen, ob der noch lebt. Ne, der ist ja mein alleine. Die ignorieren wir mal ganz straf. Großväterchen wohin. Der arme alte Großväterchen. Er ist zumindest nicht draußen. Ist auch besser so, wenn hier Unruhe ist. Mein Glück ist das Schwein. Ihr seht blass aus. Möchtet hier etwas essen? Auf Wiedersehen. Ja. Da verzichte ich drauf. So, ich soll ja den einen Typen da umlutschen. Also. Da es Menschen sind. Lauf ich überhaupt richtig? Und dann schon mal der Kikimora. Kikimora, wie auch immer. Die arbeiten hier auch. Lauf ich habe. Ich fand jetzt die Kikimuroto, die war jetzt gefolgt hier. War trotzdem vergiftet. Hm. Kikimoro, ich glaube, das ist schön. War natürlich gerne. Was sollte ich nochmal für die Quest holen? Ich soll doch bestimmt Kikimoro töten, oder? Klauen, okay. Das ist schön. Leuchten die Dinge noch. Okay, die Gruppe war zwar am Turm, aber ich muss erstmal in den Turm. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso? Alte Freunde. Steinstein. Unser alter Homie. Flüss auf der Teleporter. Seid gegrüßt, Hexer. Was macht ihr denn in diesem Turm? Endlich. Ich habe so lange gewartet. Kalkstein. Die größte Entdeckung meines Lebens. Ihr habt eure Belohnung voll und ganz verdient. Oh. Oh. Ja, diese Lösung. Das liegt jetzt am neuesten Patch, weil es gibt, äh, nicht, äh, der ist relativ spät, erst nach dem vorletzten Patch gekommen, also relativ neu. Patch 1.5 für The Witcher. Äh, früher gab es nämlich den Fehler, dass Kalkstein nicht bezahlt. Macht der jetzt anscheinend. Ja. Irgendwas zum Kalkstein. Ich könnte ihm jetzt meinen Absurd-Rafat, das weiß ich eben, aber den brauche ich ja selber noch. Was machen eure Forschung? Ich habe eine neue Theorie. Ein Meilenstein der Alchemie. Alles besteht aus Teilchen, die so klein sind, dass man sie nicht sehen kann. Sie sind ständig in Bewegung und wirken aufeinander ein. Ich kann es noch nicht beweisen, aber ich arbeite daran. Ähm, vielleicht könnt ihr mir später davon erzählen. Ja. Gebt auf euch acht. Okay, wir haben nur unsere Quest abgegeben, dann ist, äh, kurz und schreitlos. Ach, cool. Das ist ein echt cooler Teleporter, aber muss man ihn nicht mehr hinlassen, ne? Aber jetzt kann ich mich nicht mehr von überall weg teleportieren, ne? Naja, gut. Wo sollen jetzt die Arbeiter sein, frage ich mich. Die sollen am Turm sein. Was genau ist die Definition von am Turm? Ohren. Krähenauge. Na, ich werde mal Richtung Norden gehen, zu dem alten Lager. Der Elfen. Der Skoyert-Helfen. Der Anderlinge. Wie auch immer. Ah, da sind sie. Am alten Turm. Salamandra. Schaffe ich das? Das schaffe ich locker. Easy. Obst du den maskierten Krieger an, hole ich mir... den hole ich mir als Hilfe. Scheiße, das war der Fallschirm. Der kämpft nur zwei Schwert an. Schön unfair. Achso, ich verstehe. Das ist das illegale Schwert. Ihr seht, das ist so gerüffelt. Damit kann man Leute bestimmt richtig schön misshandeln. Ach Gott, schon wieder diese Broschen. Ich werde mit dem Bogen angeschossen. Na komm, komm. Ich probiere es einfach mal. Das Gute ist... Ich will die maskierten haben. Ich muss mal aufpassen mit den Pfeilen. Okay, jetzt kommt. Ich brauche Schweiber, ich brauche Schweiber. 5, 6, was war's? Das ist euer Ende! Ich hab's übertrieben, gib's zu. Zu viele, zu viele. Ich hab's ja kapiert. Doch, Bitch. Ich find's immer wieder fies, wie er die Leute hinrichtet. Aber die haben auch Meuchlerdölche, die sind richtig krass ausgerüstet und verlieren vor allem zwei Schwerter. Komm doch, Bitch. Wär ich voll in den Kampf gestartet, dann hätte ich mich mitten in die reingestellt. Oh Gott, hat das bestimmt mehr gebracht. Ich werd da gleich mal richtig reinheizen. Ach, ich kann ja auch Quen nehmen, genau. Mach ich mir dann so einen Stress. Ich muss erst mal regenerieren. Ich könnte ja auch Schweiber, äh, nicht Schweiber, Waldkotz hab ich da bestimmt auch noch. Katze, Schnichtum, Mr. Unbekannt. Wir haben's ja überlebt. Das ist das Wichtigste. Oh, ihr Schweine. Dann kommen wir zu Papa. Oh, ist schon wieder vorbei. Verzauber ihn. Das wird nicht. Das wird nicht. Ihr seht, wie's klappt. Oh Gott. Befritz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg, 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 weg. Ich muss hier weg. Einmal dir. Wie die Bogen schützen eigentlich. Auch wenn ich Pfeiler abwehren kann, aber, ey. Das stimmt nicht, wenn ich von 500 Leuten gleich sein kann. Lass mich hinruhen. Könnt ihr nicht. Ach, er ist satt. Das nimmt die ganze Zeit Salamanderkrieger und nicht an der Landen Salamander Magik. Wie lange steht. Salamander, Salamander hat mir immer. Huh. Fieser Kampf. Muss man ja sein, ne? Tsch, 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 tsch.